Wenn man an den organisierten Sport denkt, dann werden viele von Ihnen, meine Damen und Herren, zunächst an Sportvereine denken. Aber nicht nur dort wird organisiert Sport getrieben, sondern auch in Unternehmen und Betrieben. Alleine in der Gastgeberstadt des Sports Medicine and Health Summits in Hamburg organisieren sich 500 Betriebssportgemeinschaften aus Unternehmen, Behörden und Institutionen im Betriebssportverband Hamburg, kurz BSV. Und der Präsident des BSV ist mir jetzt zugeschaltet. Moin Moin in die Hansestadt, Bernd Mayer. Hallo Herr Schmidt, guten Tag. Herr Mayer, gehen wir gleich in Medias Res. Wie sehr und wie nachhaltig ist der Hamburger Betriebssport durch die Corona-Krise betroffen? Dramatisch. Wir haben eine sogenannte Bestandsmeldung zum 31.12.2020 bekommen. Danach haben wir 7.000 Mitglieder verloren. Und wir haben 35 Betriebssportgemeinschaften verloren. Wobei die Gründe natürlich unterschiedlich sind. Wenn wir ganze Betriebssportgemeinschaften verloren haben, dann liegt es einfach daran, dass es sich um kleine und mittelständische Unternehmen handelt, die einfach schlicht nur am Wettkampfsport bei uns organisiert waren. Und das ganze Jahr hat im vorigen Jahr kein Wettkampfsport stattgefunden. Und diese Unternehmen haben auch selber regelmäßig gar keine Ankünfte gehabt. Also dass die durchaus geringen Beiträge schwer aufzubringen waren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, große Anzahlen an Mitgliederreduzierung haben wir auch dadurch erreicht, dass viele große Unternehmen ihre Mitarbeiter, insbesondere hier in Hamburg, verpflichtend ins Homeoffice geschickt haben. Und damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich in ihrem Unternehmen, in denen vielfach dann auch der Betriebssport organisiert wird und gerade in die großen Unternehmen auch Betriebssport direkt im Unternehmen durchgeführt wird, mit eigenen Sportstätten, dieses im Grunde natürlich alles mehr oder weniger weggefallen ist. Ja und die Solidarität und die Geduld ist dann irgendwann aufgebraucht. Das ist wirklich dramatisch. Jetzt ist es ja so, der Betriebssport bietet vielen MitarbeiterInnen die Möglichkeit, sich im Rahmen ihrer Arbeit zu bewegen und leistet ja ganz klar somit einen Beitrag zur Gesundheitsförderung. Insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen, das haben Sie eben ja auch angesprochen, fällt der Aufbau nachhaltiger gesundheitsförderlicher Strukturen ja nach wie vor schwer. Wie kann der BSV da helfen? Lassen Sie mich doch noch einmal ganz kurz im Grunde auf Ihre Aussage, dass es während der Arbeitszeit stattfindet, zukommen. Dieses trifft grundsätzlich eben nicht zu. Es ist so, dass Betriebssport in aller Regel, ob jetzt als Wettkampfsport oder als Ausgleichsport ist eine Geschichte und wie es halt Tradition findet außerhalb der Arbeitszeit statt. Das heißt entweder vor der Arbeit oder aber regelmäßig im Grunde nach der Arbeitszeit. Und das Ganze wird ehrenamtlich dann auch noch organisiert. Das heißt genau diese Frage und damit komme ich auf Ihre zweite Frage zurück. Genau dieser Punkt hat uns und insbesondere mich schon seit 2008 bewegt, weil ich aus einem Großbetrieb komme und dort erfahren habe, auch in einer entsprechenden Funktion, wie man diese Dinge auch ehrenamtlich organisieren kann. Und der Hamburger Betriebssportverband hat 2011 mit der Unterstützung vom Professor Michael Braumann, der im Übrigen Grund dafür ist, dass ich hier aktiv mitmache. Wir sind seit damals sehr eng befreundet. Wir haben 2011 den ersten eigenen Kongress durchgeführt. Und zwar im Rahmen einer Europameisterschaft für Betriebssportverband. Und dieser Kongress war dann so gut, auch inhaltlich, dass wir vom Hamburger Senat den Auftrag bekommen haben, uns um das Thema Gesundheitsförderung im kleinen und mittelständischen Unternehmen gemeinsam mit der Einsatzkammer Hamburg zu kümmern. Wir haben dafür ein Team entwickelt, aufgebaut, Mitarbeiter dafür eingestellt und wir sind bis heute damit unterwegs und unterstützen, beraten Unternehmen darin, wie man genau diese ehrenamtlich Strukturen schaffen kann, weil in der Regel genau dafür kein Geld gab. Jetzt kommen wir ganz kurz mal auf den Sports Medicine & Health Summit. Der bietet in vielen Sessions Vorträge und Diskussionen zum Thema betriebliche Gesundheitsförderung aus dieser ganz interdisziplinären Sicht von MedizinerInnen, BewegungswissenschaftlerInnen und PraktikerInnen. Wie können aus Ihrer Sicht Unternehmen und betriebliche GesundheitsmanagerInnen vom Summit profitieren? Indem Sie sich für den ganzen Tag am Freitag anmelden und für diesen Freitag auch bereit sind, im Grunde dafür die Teilnehmergebühr zu bezahlen. Das ist genau der Grund, wir, das heißt ich mit dem Team von Referenten, mit denen ich schon viele Jahre im Grunde den Bereich, was muss ich über das Präventionsgesetz wissen, was muss ich über das Thema Versicherungsschutz wissen, was muss ich zum Thema Steuern wissen, aber auch, wie funktioniert eigentlich das Zusammenspiel zwischen betrieblicher Gesundheitsförderung und dem Bereich Betriebssport, haben wir ein wunderbares Best-Pretness-Beispiel aus Hamburg Wasser, einem renommierten Unternehmen mit einem Abteilungsleiter, der Feuer und Flamme dafür ist. Und diese drei Kollegen, die das halt mit mir zusammen machen, nämlich den Bereich Prävention von der DHK-Gesundheit, für den Bereich WG-Schutz mache ich selber, nach vielen, vielen Jahren und Praxis nähe zum Thema Versicherungsschutz für Betriebssport. Ja, und dann haben wir einen Steuerfach-Experten, der ebenfalls viele Jahre mit uns verbunden ist und wir vier, wir gestalten eben halt diesen Tag. Und der Uwe Dresel ist anschließend noch mit einem weiteren Vortrag, der das Ganze dann rund macht, mit ganz praktischen Hinweisen, ist dann noch am Nachmittag da. Also wer morgens um zehn reingeht, geht abends wahrscheinlich um 18 Uhr raus. Sehr gut. Alles das natürlich praxisnah zu einem Thema, was immer wichtiger wird, Gesunderhaltung auch im Kontext des Betriebes. Was habe ich mitgenommen aus unserem Gespräch? Auf jeden Fall, dass der Betriebssport Unterstützung braucht in der Corona-Virus-Pandemie. Und ich freue mich auch drauf, dass wir das weiter thematisieren werden beim Sports, Medicine and Health Summit. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs nette Gespräch. Grüße in die schöne Hansestadt Hamburg. Dankeschön, Bernd Meier vom Betriebssportverband Hamburg. Herzlichen Dank. Vielen Dank, dass ich die Gelegenheit hatte, Herr Schmidt, mit Ihnen gemeinsam zu sprechen und eben halt, glaube ich, diese wichtigen Informationen auch auf diese Weise im Grunde zu vermitteln über Sie. Also danke nochmal dafür. Sehr gerne.